opfergabe und ich war mir denn das großmutters kochbuch nein das muss das kochbuch was die neue map ist also dieses gas himmel aber da gibt es keine richtige opfergabe für nur zu sagen zu dem ort wo du hinkommen kannst ich habe das ich habe eben den gas himmel eingestellt und das hat null gebracht das ist ja das lustige ist absolut nichts gebracht es ist seltsam ja das ist was haben wir das musst du lesen weil das weiß ich nicht da muss irgendwas stehen dass jemand sofort töten kannst oder ich glaube beim geist selbst hat keine skills ist das glaube ich nur meyers das geist ist auch nicht so gute opfergaben hier mit dem perk offen kann man so ein fluchversuch versuchen oder um wieviel prozent steigt keine ahnung das weiß ich gar nicht mehr reicht ob da steht wachsende chance auf einem erfolgreichen fluchtversuch das heißt je länger ich hänge desto höher wird die chance oder weiß nicht was das hier ist das schaltet potenzial das weg das hier dass ich das so dass ich das nicht so doch ich denke das sieht könnte wobei ich weiß nicht dass das oder ich weiß nicht gerade unsicher was ich mitnehmen wenn ich mir auch zuerst bei der opfergaben da finde ich immer nichts so richtig gut ist da bist du ich weiß nicht was ich an perks mitnehmen soll kann jetzt im hocken 50 prozent schneller laufen geil also ich probiere jetzt mal dieses boteim auf was auch immer bringt boteim bringt dir und dem vom haken geretteten 20 sekunden zeit das heißt hittet der killer dich wenn du gerade jemanden holst zählt das nicht also du fällst nicht direkt um also sprich wenn du schon einmal angehittet bist holst dann jemanden vom haken der killer hittet dich bleibst du stehen nach 20 sekunden fällst du aber trotzdem um derzeit kann ich hoffe ich habe jetzt keine fiesen perks reingemacht ich hoffe dass sie jetzt nicht so unfair oder also ich habe geschaut dass meine Meinung nach müsste das direkt gehen direkt quitten direkt quitten natürlich mein umhang backt in meinem arm sieht merkwürdig aus das ist wahrscheinlich nicht geboren reingemacht das heißt das ist komplett sinnfrei so was habe ich absolut nicht reingemacht mit das haben wir hier dunkel ist monatlich glück noch mal glück das haben wir richtig was klar ich dachte mir einer weil ich würde es nehmen normal so glück würde ich sagen ja doppeltes glück ist immer noch kein das doppelte glückchen oder was juhu das doppelte glückchen ne glückchen glückchen das sagt jetzt das doppelte glückchen besitze ich voll wenig hier fähigkeitschecks ihr besitzt ihr besitzt eher das doppelte murmelchen ich wollte sagen gibt es noch was niedlicheres als glückchen murmelchen murmel das sind straußeneier so wie das so wie das was du beim teddy in der hand hatte oder was ein bowlingkugel ich muss mir gerade überlegen auf was du anspielst das riesen weiße hast du dir ausgewählt oder war die random jetzt die war jetzt wenn ich habe keine ausgewählt sie können hier ihre lieblingskarte auswählen das ist ihre lieblingskarte was diese karte hatten sie doch gewichter ich hasse das die sollen das endlich in den griff kriegen ein lagerfeuer ich kann meine karte nicht benutzen weil die verbuggt ist ich kann mich nicht richtig bewegen weil ich verbuggt bin ich kann die karte noch nicht mal ablegen super ich verfolge einen skorin ganz still und stumm ich kann ich kann nicht überspringen ich weiß raus mit ihr wie er hier haken schlägt wie ein junger elch weil ich sie öfter verfolgen wieso verfolgst du elche ich weil ich bin ein geist ich tue sowas nachts im wald was haben die elche dir denn getan sie machen immer so viel krach nacht sie röhren immer so rum und das geht mir voll auf den keks hast du schon mal die polizei benachrichtig ja und wie sie das sind die wollen auch mal poppen das sieht doch totiums kaputt machen bringt hier glaube ich nix na doch doch es sei denn jemand hat den hexperk das sieht man dann ja das stimmt ich sehe die generatoren nicht mal mehr aufploppen der speatipäcker hat nicht mal gereicht hier was soll das hallo da hast du weis genommen was schönes oberteil kann ich es auch haben ein braunes das hält auch nicht ich hab grad voll den lag helfe ich hab grad 15 alter dead bird deader kackt bei mir gerade ab bei mir auch ich bin da durch ich habe so 15 frais pro sekunde ich hab 16 er verbackt überall wir bleiben doch nein ich mach schon mal die tür auf ich weiß gar nicht wo man denn sein weil zwei generatoren mach mal die tür auf ne ich will die tür auf machen das ist mir schön das pora gewalt ging es einfach dagegen und dann löst sich die aufs auf weg Warum gehst du nicht einfach durch das Gebiet? Na? Was geht? Oh, hi. Wusste ich's doch. Ich gebe zu, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bist du Mathematiker? Chapeau. Hat's dich eigentlich gerade sehr geblendet? Ja, ziemlich. Ich habe absolut komplett weißes Bild gehabt. Warum hast du dein Oberteil ausgezogen? Ja, Alter. Das ist mir ganz anders geworden. Da hat sich der kleine Geist in meiner Hose gleich geregt. Der wollte auch mal Hallo sagen. Mac möchte nicht mit dem Geist zusammen sein. Warum nicht? Ich kann das gar nicht verstehen. Mac hatte schon Angst vor dem komischen alten Mann. Jetzt kommt noch so ein komischer Geist. Mich nerven Geister irgendwie immer. Ich weiß gar nicht warum. Oh, wir haben eine Gemeinsamkeit. Komischer alter Mann. Hallo Rabe. Möchtest du mein Freund? Was? Hallo Rabe. Echt findest du? Ja. Findest du? Findest du eigentlich ganz normal hier. Hallo Rabe. Möchtest du mein Freund sein? Oh. Hallo. Geht's euch gut? Mir geht's auch gut. Das sieht aus, als hättest du ein Knüppel in der Hand. Ja. Das ist nicht mein Knüppel. Hohoho. Feier. Ey, Brother. So viel Rad. Ich renne nackt durchs Feld. Ich renne nackt durchs Feld. Ich renne nackt durchs Feld. Aber hier ist gar kein Feld. Auf der anderen Seite der Hecke. Hier nicht, aber woanders. Ab durch die Hecke. Wo geht's eigentlich lang? Oh, hier ist ein Kamin. Ich glaub ich hab mich verlaufen. Ist ja richtig häuslich hier. Richtig müde. Ich steck deinen Kopf zwischen meine Beine. Yay. Ich komm. What the fuck? Solche Angebote machst du mir nie. Du hast Geist. Ja und? Er kam grad von hinten, aber hat uns nicht gesehen. Ich kann mich ja 50% schneller in den Hocken bewegen. Ich hab mich trotzdem weiter gehalten. Ist doch wurscht. Nene ne 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 ne. Ich bin Batman. Ich bin blind wie ein Fisch. Oh, der ist schon fertig. Schade. Ich bin blind wie ein Fisch. Ich finde mich kein Batmaner. Alter. Ich hab auch schon einen gemacht. Wow. Der ist da. Ich nicht. Geh weg. Ding ding. Ding 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 ding. Krieg ich Kilometergeld bitte? So viel schneller bewege ich mich aber beim Hocken jetzt auch nicht. Nicht? Hä? 50% schneller. Bist du jetzt dumm? Hallo Rabe, möchtest du mein Freund sein? Ich glaub nicht. Ich bin mir noch unsicher. Ey. Xxxxxx. Hinter dir. Stay. 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 Stay away. Was macht die beiden da? Läuft der schon? Er läuft doch schon. Hallo Mama, ich bin zurück. Ich hab einen sehr komischen Tag gehabt. Ich bin in Ruhe. Nimm mich. Ich komme jetzt. Ah hä. Er will sich Skuri holen. Oh nein. Nein. Du wirst eh längst tot sein so viel wie der schon die ganze Zeit blutet oder so. Theoretisch. Wie der spritzt, ist ja eklig. Ich will dich voll spritzen. Mach nochmal. Ähm. Okay. Ja. Ja. Ne, Iron Bull hat er nicht drin. Nicht. Denk mich in das Haus. Aber es ruckelt voll, wenn ich bei dir wiggle. Was ist denn? Keine Ahnung. Oh, hast du gedacht? Kann ich auf das Auto springen? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wolle ich dir hoch helfen? Nein, warte. Ich geh einfach nur kurz in die Garage und zieh mir was Neues an. Was? Ich bin hinter dir. Links. Hier im Auto könntest du noch so eine... Da, 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 da so Laken. Das kannst du dich vielleicht um tun. Ja, ja, ja. Das kannst du dich vielleicht um tun. Das stoppt vielleicht die... Alter, was ne Blutspur. Der alte Mann muss leider zurück ins Alter sein. Alter, was ne Blutspur. Oh, guck mal. Sicher, dass du schon nichts verblutet bist? Alter, verwandt. Ey, 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 warte. Kann ich nicht, äh. Ich wollte eigentlich irgendwie, dass du rumlaufen kannst. Aber das musst du dich frei weigeln, oder? Da muss ich mich frei weigeln, ja. Weg. Das wird das jetzt nicht für ne Spielerei. Spiel auch ordentlich. Achso, okay. Mit Spiel auch ordentlich, ja. Aber ohne Cap. Autsch. Okay. Erstmal cappen. So kam in die Eier, Alter. Awww. Da ist doch... What the fuck? Das war schlecht. Ne, das ging viel zu schnell. Wollt sie ja nicht mal... Ich war... Ich war nicht mal richtig weg. Das stimmt nicht. Ich bin direkt an dir vorbeigelaufen. Kann sein, ja. Du bist direkt, doch, du bist direkt an ihm vorbei. Okay, ich hab ihn absolut nicht gesehen. Der hang da in der Ecke. Hast du mich jetzt... Ah, du hast einen Nurses calling. What? Mein Werkzeugkasten ist kaputt gegangen. Du hättest mich nicht finden dürfen. Muss mir einen neuen suchen. So laut wie du stönst. Tut mir leid. Ah, jetzt wird wieder nur ich verprügelt, ey. Der Scori ist ja leider grad nicht da. Scori, wo bist denn du? Äh, keine Ahnung. Hätte ja keine Ahnung. Muss der nicht zurückkommen. Kannst du jemand anderem gehen? Scori spielt in Wirklichkeit... Das war der halt immer von DSL. Einer hat zum Beispiel ganz hinten... Einer hat zum Beispiel ganz hinten... Ganz hinten auf der Kartenhof im Kreis rum. So. Oh, gut, das bin ich. Warte, warte. Das ist... Mein ganzes Bild ist saug. Meine Güte. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Hier warte, mal Kiste! Warte, warte. Du, warte, warte. Who will die? Beide Nicole helfen, die muss schon struggeln. Nö. Die haben Angst dass du campst, weil du grad noch in der Nähe bist. Ich bin nicht in der Nähe. Ich bin... Alter. Also laut meinem Perk bist du doch im Radius von 30m. Ich bin die komplette Straße runtergegangen und einfach den Ausgängen gerade. Ich bin ansatzweise in deiner Nähe. Entschuldigung, wenn die Karte kleiner ist als 30 Meter, dann kann ich nicht weiter weg. Dann musst du fliegen lernen. Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? Hier bitte. Wo ist die Kiste? Hier war doch wohl noch mal eine Kiste, das ist auch sheeting. Habt ihr das Pflaster woanders hingeklebt? Oh. Autsch. Damit ich jetzt eigentlich meinen Mund halte oder was? Okay, gut. Oder damit die Blutung zwischen deinen Beinen oder sowas aufhört, wer weiß das schon. Du hast eben doch gesagt, dass du aus deiner Tage, als du auf dem Boden geblutet hast. Au, ey. Ganz großes Kino gerade. Oh. Die Palette hat Fire schon kaputt gemacht. Tut mir leid, Skori. Oh, hallo, Fire. Hi. Na, wie geht's? So weit, ganz gut und selbst. Oh, ja. Muss ja, ne? Die Kiste ist verschwunden. Ähm. Skori, wo ist der nächste Haken? Äh. Rechts, links, nein, links, ein, rechts, ein, links, ein, rechts. Echt? Ja, hier ist es halt ja links, rechts, einen Haken zu finden. Schwierigkeiten, einen Haken zu finden. Ein Haken zu finden. Ey, warum vergisst du ihn denn? Ich sehe die Haken ja theoretisch ja sowieso in der Rot eingezeichnet. Ja. Die Schlappe funktioniert nicht. Doch, du hast mich fast geblendet. Ich habe dich nur gerade noch rechtzeitig gehauen. Wie mit so einem Laserschwert einfach. So, ich bin dann gleich, ich bin dann gleich, ich bin dann gleich tot, ne? Nur so zur Info. Ich kann Busch festhängen bleiben, was ist doch kein Spaß. Lass doch mal stehen. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Doch. Was ist das? Yay, ich habe wieder eine neue Reparaturküste gefunden. Yay. Machst du auch mal weiter Generatoren? Kannst du, kannst du mal bitte einfach mal Brother-Jaken gehen? Ich will nicht, ich will nicht, wo ist der überhaupt? Das ist doch richtig. Was aber, wo bist du? Komm her, wir gehen jetzt spielen. Der ist vor einem anderen Ende der Karte. Das stimmt gar nicht. Ich glaube die ganze Zeit hinterher. Du merkst das nicht. Es ist ja wieder du, Nicole. Ist ja, ah. Such dir mal Anna. Danke. Ey, wahr sein. Ja, ich habe ein GPS in deinem Arsch, deswegen guckst du mich doch nicht. Nee, ich habe mich gerade wirklich, du warst Fehler und eigentlich ist das sonst so. Ich bin einfach so entlang gelaufen, habe da vorne am Ende, als sich irgendwas bewegen. Ja, jetzt kill mich doch dann einfach, ey. Nee. Ja. Wird doch lustig, wie lange ich den Vortex zerren kann, ohne dass du bemerkst, was ich hinterlose. Ich will euch alle ärgern, aber ich will, dass ihr alle entkommt. Was? Was ist das für ein Killer? Pussy. Ich trau mich nicht, Menschen wirklich umzubringen. Wehtun ja, aber ich will sie nicht töten. Sterben draufreißen, Beine brächtend und so, okay. Solange sie noch leben, geht das? Okay, das ist doch voll klar. Finds doch lustig, wie lange ich den Vortex hinterherrennen kann, ohne dass du es bemerkst. Nee. Also. Ey Grant, guck mal, ey. Willst du dann nehmen? Meyers oder was? Nimmst du wieder... Tu das Karpstein, ne? Meyers schaukelt seine Arsch. Natürlich, ich nehme zwei Stück von denen mit. Michael... Oh, ich brauche gar nicht mehr was zu machen, ne? Michael... Doch, laufen. Hey Geist, 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 Geist. Ja. Da ist... Hey Geist. Ich will dich mit meiner Schönheit blätzen. Hey, Feier, du bist ja... Brother, du bist ja im Schrank vorbei gelaufen. Das geht nicht. Doch, das geht. Du musst da reingehen. Das sieht irgendwie seltsam gerade aus, muss ich sagen. Naja, egal. Suchen wir mal die anderen. Da steht jemand an der Tür. Oh. Oh. Ich bin blind wie ein Fisch. Ich bin einfach nur blind gehauen. Ja, du hast mich gut getroffen. Wieso verfolgst du mich jetzt? Ja, weil jetzt klar ist, dass du zu Brother läufst. Pizza ist geil, zwei Frauensicht. So zu gucken, wie sie sich gerade... Ja! Ich fack mir gerade einen da drauf, Alter. Oh, ja, 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 ja. Was macht der Typ da? Ich zeig mich mal. Ich mag das viel lieber, wenn sie liegt. Ich könnte jetzt so gut von hier aus dem Killer irgendein Scharfschützengewehr erzielen. Ich hab mich versteht. Oh, ja, ja. Hast du wunderbar gemacht. Oh, keiner am Ausgang. Ja, jeden Dreier. Nein, Vierer gilt nicht. Hallo? Hallo? Vierer ist schon ein bisschen zu viel. Geh weg. Warte, warte, da fehlt ja noch was. Du musst auch noch gehalten werden. Ja, muss nehmen wir mal den Rücken. Der Killer geht. Der Killer geht. Der Killer geht. Aua. Du? Nicht zu fest, hab ich gesagt. Ja, warum schon wieder ich, Mann? Weil du halt einfach anscheinend gerade unter meinem... unter meiner Keule warst. Du Tunnelst doch! Ich hab in die Masse reingehauen, will ich denn der Wische kann ich nicht entscheiden. Du Tunnelst! Stirb Rabe! Oh, schade. Er macht's hier von vorne. Immer diese Tunnel. Nein, 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 nein. Na, nein, 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 nein! Ich lege jetzt mal ein Ei. So, wo ist der Scheiß Killer hin? Beck. Jetzt gimme der Controller her. Soll raus r hjäl er, so werten die alle Kunden zu lang. Das ist so kr development zu schneiden. Eine Runde geht irgendwie nur sechs Minuten oder so. Den Spuren verwischt, jetzt holt er wirklich noch ein Krota. alo. Ey, ey, komm, mal her. Hä? Ja. Ja, feierst'n Arsch. Was? Das hat ja schon voll oft bei mir gemacht. Das stimmt nicht, das ist gelöst. Ja bitte? Aha. Mhm. Ja. Ja, ja. Butter liegt. Ja, ja. Das höre ich öfters. Er will, er will, dass alle rauskommen, weißt du? Ja. Hallo. Aua, was soll das denn? Guten Tag. Ich weiß nicht, aber ich bin ausgerutscht. Jetzt zieht ihr das hier unnötig in die Finger. Alter. Butter darf doch Zombies töten gehen. Überfall. Komm Geist, Geist, du gehst jetzt raus, komm. Brech mir nicht den Nacken. Geist, wo bist du? Ich spür's dir, den brauch ich noch. Ich bin hier. Das ist eine ziemlich gute Angabe. Ich seh' dich, ich seh' dich, hallo, hallo. Ich bin so excited. Ah, I'm so excited. Oh mein Gott. Was kommt hier? Oh. What? Oh mein Gott, da ist sie. Da ist er schon, ja. Oh mein Gott. Da ist Order, sein Fire. I'm so excited. Freunde. Hallo. Alter, heißt du gerade Sammy Slimani oder was? Ich glaube, er hat eine Operation hinter sich. Alter, Feier, also Feier, du hast dir wehgetan. Alter, Junge. Entschuldigung, aber das geht sogar gar nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Geist. Ja, was, ja? Wo kommen die Blätter eigentlich, denn waren die schon immer da? Scheiße, meine Taschenlampe ist leer. Oh. Ich vertraue ihm nicht, ist das Problem. Ich bin weg. Tschüss. Ähm, Skori, du hättest auch rausrennen können. Du musst dich hier in den Busch verstecken. Na, komm, Entschuldigung, Entschuldigung, komm, komm. Hush, 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 hush. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Kannst du den mal ausbefördern? Den da? Verpiss dich! Verpiss dich! Nee, nicht du! Mann! Ich wollte den anderen da hauen! Den da! Mann! Ich gehe jetzt mit meinem Auto, mit meinem Polizeiauto spielen. Ihr steht bei mir da noch rum! Ich bin ja im Endscreen bei mir an euch vorbeigelaufen. Was? Ja! Ja! Mein Geister ist gerade weg! Diese Punkte! Diese Punkte sind nicht normal! Echt mal, ich habe viel mehr gemacht. Wieso habe ich nur 18.000 bekommen? Wenn ihr die Punkte bei mir seht, ich habe 37.000. Feier hat 28.000. Okay, bei mir habt ihr 23.000 hat Nicole, 20.000 hat Feier, 14.000 hat Scory, 12.000 hat Brother und 18.000 habe ich. Vornex habe ich 36.000. Ja! 36.000! Einfach mal das Doppelte! Zurück zur Lobby, junger Mann! Die Gruppe verlassen, nein! Ich kann nicht! Ich kann die Gruppe verlassen klicken! Nein, Nicole muss das machen, weil sie die Lobby eigentlich hat! Das ist meine Lobby! Das ist ihre Lobby! So, jetzt muss ich das dann tun! Wer war das denn? Wer war der nächste? Nächste mal? Keine Ahnung, mir egal! Ich glaube, Brother war es, oder? Nee, 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 Brother war es letztes. Stimmt, Fire war noch jetzt dran, oder? Ich? Jetzt können wir... Scory mal als erstes! I don't know! Scory einmal unsichtbar machen und dann zum Killer wechseln! Jetzt will ich jetzt eine Taschenlampe haben! Nein, Scory! Komm zurück! Ich weiß jetzt allerdings absolut nicht, was Scory für einen Killer nimmt! Alle! Das wär... So, so... So... So einer dicken fetten Reihe, so! Nee, das wär jetzt echt mal interessant zu wissen! Ich hab nämlich keine Ahnung! Scory! Da kann ich ja jetzt endlich mal Perks nehmen! Was ist das denn? Soll das alles rein? Keine Mentumori! Keine Insta-Kids! Nein, ich will nicht verlassen! Wie gesagt, wenn du Mayas spielen willst, bitte nicht... Was sind schwarze Schlösser? Bitte nicht die Grabstein-Dinger! Das ist die Luke-Dinger! Achso, ich verbrauch' ich nicht! Mayas hab' ich gar nicht! Aber so... Eigentlich sind die DLC-Killer erlaubt, wollte ich grad sagen, das hab' ich angehakt! So! Erstmal schon mit dem Werkzeugkasten unterwegs, natürlich bei euch wieder! Nee, warte, den Werkzeugkasten brauch' ich glaub' bei dir! Was ist das denn? Nimmst du Hilly oder nimmst du einen anderen? Das weiß ich nicht! Wieso? Was willst du mit dem Werkzeugkasten bei mir anfangen? Ich will einfach nur wissen, ob du Hilly oder einen anderen nimmst, alter! Ich glaub' nicht, dass ich Hilly nehme! So viel kann ich ja schon mal sagen! Dann nimmst du Mayas! Nimm mal den Werkzeugkasten von Alex! Du machst jetzt schon nen Plan, oder was?